Hallo, ich bin wieder da, wie man uns schwecken kann. Ich wollte einen kleinen, kurzen, knackigen Vlog starten über meinen Nicht-Aufenthalt auf YouTube. Und zwar hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Laptop. Und ja, das dazu geführt hat, dass ich einfach keine Videos mehr hochladen konnte. Also zuerst fing es an mit meinem Bearbeitungsprogramm, was die Hälfte des Videos geladen hat und dann einfach nicht mehr wollte. Und als zweites hatte ich dann ein Problem mit YouTube oder YouTube hatte ein Problem mit mir, ich weiß es nicht. Ich konnte einfach keine Videos mehr hochladen. Das Ende vom Lied war, dass ich dann überhaupt nicht mehr ins Internet kam. Und ja, so lief es jetzt die ganze Zeit. Also ich konnte weder auf meinen YouTube-Account, noch konnte ich auf Facebook, noch sonst irgendwo hin, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Denn die Situation war ein bisschen verwirrend für mich. Ich konnte, wenn man mir zum Beispiel, achso, ich muss dazu sagen, alles ging nicht außer mein MSN. Verstehe ich nicht. Weil MSN ist ja Internet. Also wenn ich MSN kann, warum dann nicht alles andere? Keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, wenn mir jemand einen Link geschickt hat, auf den Link konnte ich gehen. Und wenn das Ding dann willig war, dann ging dann der Link auf. Und ich konnte den sehen, aber ich konnte trotzdem nicht irgendwie weder auf meinen YouTube-Account noch sonst irgendwo hin. Also es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, das ist eigentlich mehr oder weniger die Kurzfassung der Geschichte, warum ich keine Videos hochladen konnte. Davor, vor dem Laptop-Ausfall, hatte ich eigentlich ein Projekt am Start mit meiner Kitty Katinka, was dann irgendwie, ja, was nicht irgendwie, was einfach ins Wasser gefallen ist, durch meinen Nicht-Video-Hochladen-Können-Dingsda-Wumsta. Ihr wisst, was ich meine. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, Katta und ich kriegen das jetzt irgendwie hin, dass wir entweder da jetzt einfach weitermachen, beziehungsweise ich da einsteige, weil ich jetzt auch nicht so wirklich weiß, ob sie weitergemacht hat oder nicht. Oder ob wir vielleicht einfach was Neues starten. Ich kann es euch nicht sagen. Es tut mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr leid. Aber ich konnte nichts dafür. Ich konnte keine Videos hochladen. Und dann, äh, davor, ich glaube, einen Tag war das, oder an dem Tag, doch, bevor ich noch, war das an dem Tag? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch vollkommen egal. Ähm, Wika. Ich habe mit Wika geschrieben und sollte, ihr wollte, sollte, ihr was schicken. Und, ähm, ja. Mein Laptop ging nicht mehr. Ich komme in meinen Account nicht rein. Ich kam nicht an die Adresse dran. So, das Päckchen liegt jetzt immer noch hier. Also, liebste Wika, wenn du das siehst, äh, es liegt noch da. Wenn du es noch brauchst, dann, äh, werde ich es dir, ähm, nee, morgen nicht. Morgen ist Feiertag. Am Dienstag dann endlich losschicken können. Oh Mann, ich habe echt schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Wirklich. Aber ich konnte, ich konnte einfach nichts nirgendwo rein und es ging nichts. So, äh, ich will so viel erzählen und komme irgendwie zu nichts. Und ich habe Angst, die Hälfte zu vergessen. Aber auf jeden Fall, ich habe euch so vermisst. Ich habe euch so vermisst. Ich habe YouTube so vermisst. Ich habe es vermisst, Videos zu drehen. Also, ich habe in der Abwesenheit Videos gedreht, ja. Ähm, weil ich dachte, ja, wenn das wieder funktioniert, dann kann ich es direkt hochladen. Äh, da es jetzt so lange nicht funktioniert hat, sind die Videos, die ich gedreht habe, ähm, eigentlich für die Füße gewesen. Weil das braucht jetzt auch kein Mensch mehr. Weil die LEs sind jetzt auch schon wieder gegessen. Und, ähm, hat man 3500 Mal schon jetzt hier gesehen. Also werde ich diese Sachen einfach nicht hochladen. Und, äh, naja, ist auch egal. Ähm, dann habe ich jetzt mitbekommen, dass ein YouTube-Treffen in Mannheim stattfindet. Und, äh, ja. Dieses YouTube-Treffen findet am 15.10. Moment, ich muss mal gerade auf meinen Zettel gucken. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. 15.10. um 16 Uhr in Mannheim vor dem Wasserturm statt. Und, äh, ja. Ich dachte mir, Mannheim ist nicht weit. Und, äh, da bin ich doch dabei, ne? Äh, was ich gerne wissen würde von euch ist, ob vielleicht noch jemand von euch auch dabei ist. Oder noch besser vielleicht auch irgendjemand dabei ist, der auch von Frankfurt aus fährt, mit dem ich mich dann irgendwie zusammenschließen könnte. Denn, ähm, ich fahre erstens nicht so gerne Bahn. Zweitens nicht so gerne Bahn, ähm, alleine. Drittens erst recht nicht gerne alleine Bahn, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. So. Äh, ja. Also, falls irgendjemand dabei ist, der auch fährt, mit dem könnte man sich zusammenschließen. Und, äh, irgendwie zusammenfahren. Ja. Äh, alles Wissenswerte über dieses YouTube-Treffen, ähm, setze ich euch in die Infobox. Äh, da gibt es nämlich einen Link auf Facebook. Und, ähm, die Sandra, Billy Sandra, die hat auch ein Video darüber gemacht, soweit ich jetzt heute Morgen schon alles so halbwegs durchgecheckt habe. Das werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Und, ähm, ja. Das war's jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Also, alles über das Treffen unten in der Infobox und so weiter. Ähm, war's das? Habe ich alles gesagt? Ja, ich denke schon. Also, auf jeden Fall, dieses Video sollte jetzt eigentlich nur ein ganz kurzes und kleines Video sein, dass ich wieder, äh, am Start bin, dass mein Internet wieder funktioniert. Ich hoffe, dass es, ähm, auch so bleibt und nicht mir wieder abschmiert, weil dann kriege ich wirklich die Krise. Aber ich könnte jetzt auch dieses Video nutzen, um ein, äh, um ein, äh, spendet Silvi einen neuen Laptop, äh, Video. Also, spendet jeder einen Cent und vielleicht, ähm, nein, Spaß. Obwohl, vielleicht, äh, wenn da jemand unter euch ist, der unbedingt mir jetzt ein, äh, Laptop schenken möchte, dann, äh, nehme ich das auch gerne an. Nein, nein, natürlich nicht. Na ja, wohl. Leute, ich fokke schon. Ich lebe, mir geht es gut. Soweit. Jetzt geht es mir besser. Ich kann wieder Videos drehen und, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und jetzt sehen wir uns wieder ganz, ganz bald und, ähm, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.